Moin zu einer weiteren Folge auf der Südhemmern. Was ist passiert zwischenzeitlich? Ich habe das Feld Nr. 17 fertig geflüchtet. Da kommt wieder Sojabohnen drauf. Dann können wir da gleich mal anfangen zu düngen. Die zweite Düngerstufe bin ich auch fertig. Beziehungsweise die erste und die zweite Düngerstufe kann dann ja durchsehen. Gerade haben wir auch angebracht. Ja, gestern sind ja bei uns die Schafe auf den Hof gezogen. Die müssen wir heute noch versorgen. Dann hat uns die Gemeinde Südhemmern heute, beziehungsweise gestern Abend noch, das war schon richtig spät, ein Schild vorbeigebracht. Möchten wir doch gerne mal eben aufstellen. Was das für ein Schild ist, keine Ahnung. Weiß ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Ist noch eingepackt. Guck mal auf den Shop abholen. Beziehungsweise geht und wurde uns ja geliefert. Müssen wir nur noch platzieren. So, neun den Rest hier finde ich noch. Ja, wie ihr seht, es ist 6 Uhr morgens. Dann passt das. Ja, ähm, ich habe mir so überlegt, damit wieder Geld in die Kessel noch mehr reinkommt, dass wir uns auch mal was leisten können. Ähm, wollte ich hier auf Feld 17 nochmal Sojabohnen ansehen. Weil Feld 9 sind Kartoffeln. Und bis die dann endlich mal so weit reif sind, dauert ja auch noch. Bis unten können wir ja mal gleich mal gucken, was da noch was ist. Können wir hier gleich in die Kalle düngen. Und dann schauen wir uns mal kurz. So. So. Licht umschalten. Straßenbietgerieb. So. Ja, eben schnell nach Hause eiern. Oh, guck mal. Da ist ja Baumwolle drauf. Hallo Schafe, wie geht's euch? Gut? Sehr schön. Ja, ihr kriegt gleich was zu essen. Keine Sorge. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Feld 9 fertig gedüngt. Beziehungsweise angefangen, dann hat Curseplay nicht mitgemacht. Dann habe ich ihm gesagt, gut, dann mache ich das eben selber fertig. Feld 9 ist somit fertig gedüngt. Beziehungsweise gekalkt. So. Den müssen wir gleich noch im sauber machen. Stellen wir den hier jetzt erstmal ab. So. Und Leuchte aussehen. Licht aus. Fertig. So. So. Hier steht er noch. Wie ihr seht. Das Feld. Fertig. Müssen wir jetzt unbedingt Kalk rausschmeißen. Obwohl. Obwohl. Da bin ich nicht alles enttäuscht. Haben wir auch mal kurz zu nachsteuern. Können wir hier so lang fahren. Jetzt weiß ich nicht, ob da ein Stück Wiese hier uns gehört. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher nicht. Pickpacks stelle ich hier auch mal hin. Das Gericht sieht so geil aus. Also solche Spielereien mag ich hier. Das ist mein Ding. Ich hoffe ja mal, dass immer mal die Skripte rauskommen. Wenn wir in der Wahl wieder von den Fenstern und so aufmachen können. Das wäre vielleicht mal angebracht. Ja. Die stellen wir noch wieder weg. Ich bin jetzt wirklich schnell. Ja. Das ist ein Loch in der Plane. Ne. So. Ein Schluck Kaffee. Das muss auch mal sein. Ja. 50% sollten reichen. So viel brauchen wir ja nicht. Sonst haben wir wieder zu viel Big Bags hier rumstehen. So. Dann wollen wir mal schnell rüber fahren. Im Düngen. Ich liebe solche schönen Morgene. Halb sieben. Maschinen laufen. Lört. Achso. Ich wollte wohl höchstwahrscheinlich den Mähdrescher verkaufen. einen größeren holen. Den Johnny. Weil der hat einen größeren Korntank. Der wuppt auch ein bisschen mehr. Schauen wir mal was ihr davon haltet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss gar nicht erstmal Gras mähen. Die hat nicht mehr. He. Die hat noch gar nichts. Hm. Das ist schlecht. Okay. So. Das dünge ich mal eben schnell selber. Durch meinen Verkehr. So. Schnell drüber flitzen hier. Ja. Ich weiß. Ja. Der Gras muss auch mal ein bisschen mitgedüngt werden. Das nützt nichts. Das kann ja auch mal wachsen. Ne. Das ist richtig. Ja. Und dann kriege ich ihm das Schild an. gucken also vom weiten habe ich es gestern hat noch gesehen das sieht nicht schlecht aus wo wir sind platzieren diese ecke neun für die mann wenn wir gleich wieder hoch um ein prozent kalt dünger haben wir jetzt erst verbraten also der braucht echt wenig dünger hier aber macht hier nichts sonnenblumen weiß ich nicht was mein hier soll ich mir noch erst mal ein feld holen oder doch erst die wiese ich weiß es nicht so viel gras brauchen wir am anfang auch nicht für die schafe die reproduktions ratung wir gucken wie hoch die ist immer ein ob wir ohne regens das ist ja schön ja komm bevor der weg zu ende ist was haben müssen wir uns auch noch holen so das feld ist fertig nicht genau aus so beide felder sind gedüngt das können wir im prinzip hinter gucken wegen sehmaschine gewicht haben wir hierfür können wir die amazon mit kreisel ecke wohl davor packen dann kann der wegen sehmaschine ruhe dann eben das feld schnell ansehen weil gedüngt ist ja da muss er kommen über die kreisel ecke da muss er kommen da noch was wird die noch vergessen ich muss eh zum shop in das Schild wollen oh ja, das Schild können wir erstmal platzieren betriebskostenhof 5 keine ahnung stellen wir mal direkt beim Eingang hin ok hier kannst du nichts platzieren wofür brauche ich denn das Schild? da mal labern die denn Stoß platzieren wir das da mal hin jetzt will ich aber wissen was da draufsteht nicht dass da irgendeine Scheiße draufsteht gucken wir mal was die Stadt uns da gebracht hat ah ja oh wie du siehst siehst du nix naja so wir gehen zum Hof hin äh zum shop meine ich kreiseleige mitbringen wenn mich nicht alles täuscht haben wir die mir schon gekauft aber irgendwie warte mal guck mal im shop nach garage nö den haben wir den haben wir gut naja dann kaufen wir uns noch eben die kreiselecke geht aber so wenig die Baustelle wird hier auch nie fertig werden wir sind im 17er damit angefangen und sieht man ja auch keinen ne das ist was komisch ist das da sieht man nie jemand so kreiselecke ist nicht da ok genug aber können wir mal hier geben schön 3 meter eben kaum auf die ne 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 so so danke schön tschüss so linker ja meine lieben ich hake jetzt noch eben schnell die Sehmaschine hinter dann können wir die nächste Folge anfangen zu sehen schreibt doch mal in die Kommentare ob ich längere Videos drehen soll außer 15 Minuten ab und zu passiert ist ja auch dass sie ein bisschen länger sind aber währenddessen ich hier quatsche bin ich ja eh schon da kann ich hier auch selber neu im schnellen dahinter machen ja auf jeden Fall werden wir nächste Folge dann eben Feld Nummer 17 ansehen mit Soja Bun Alter habe ich so ein Weg in der Optik oder was? so Entspiel komisch und dann ist das so es gibt eine runde leute mal können wir da mal ein Stück die 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 Alles klar, ich weiß Bescheid, komme ich jetzt hier nach Hause oder nicht? Hallo? Ja meine Lieben, das war es dann für heute, ich mache mal hier das Malheur mal weg, weiß auch nicht wie das passiert, aber irgendwie ist das doppelte Mappe jetzt hier, muss ich erst mal gucken, ich werde am besten den kriegen, braucht ihr zugucken. Gut meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge auch wieder dabei sind. Das war's für heute, das war's für heute.